Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Dies sind unsere perfekten Uhrensammlungen. Ja. Heute gehen wir darauf ein. Ich bin gespannt. Ich auch. Wie geht's dir? Wir haben uns sehr auf das Video gefreut, weil es auch ein Wunsch der Community war. Wie geht's dir? Hervorragend. Wie geht's dir? Wir geben uns auch gar keine Hand mehr. Nein, ihr macht gar nichts mehr. Ihr gelegt euch los. Guck mal, du hast dich vergessen. Wie geht's dir denn? Vorher, wir konnten uns ja einfach hinsetzen. Mittlerweile ist ja das Hinsetzen immer so ein Thema. Du musst ja hier so kämpfen. Wir haben ja ein Gerüstbauer. Wir haben ja ein neues Set. Wir müssen uns ja hier hinter diese Mikros schrauben erst mal. Ja. Also, ich komme auch hier gleich wieder raus mit dem Schuhlöffel. So. Ihr habt euch was überlegt? Wir haben uns was überlegt. Wir fangen doch direkt an. Apo und Hendricks Uhrensammlung, so wie sie hätte sein können. Das Witzige ist ja, wir haben jetzt gerade wirklich Uhrensammlungen zusammengestellt, die irgendwo miteinander konkurrieren. Das heißt, wir haben ohne, dass wir uns abgesprochen haben, immer Konkurrenzuhren zueinander ausgesucht. Das ist uns gerade erst hier oben aufgefallen. Und dann haben wir entsprechend die Reihenfolge eingestellt, der Modelle, die wir rausgesucht haben. Diese Uhren sind die Uhren, die ihr euer Leben lang tragen würdet, wenn ihr sie tragen würdet. Wir lassen sie konkurrieren und dann entscheiden wir auch, welche cooler ist, oder? Ja, die coolste Uhr, die ich in diesem Koffer habe, ist nämlich meiner Meinung nach die Royal Oak Offshore 42 Millimeter. Jetzt hier gerade am Lederband kann man aber auch durchaus mal am Kautschukband tragen. Dann hast du eigentlich das Beste aus zwei Welten. Du hast die Exklusivität von der Royal Oak. Du hast das typische Royal Oak Thema, in dem du eine Stahluhr hast. Die typische Royal Oak Optik auch mit der Stahllünette. Aber das Ganze in einer sehr sportlichen Form eben auch mal zu einem T-Shirt tragbar in 42 Millimeter mit einem Chronographen. Ich finde aber, man braucht auch das Handgelenk dafür. Zweifelsohne. Oh, den Style. Aber ich finde, die Offshore am Krokodillederband, gerade mit diesem Backcut, die kannst du durchaus, wenn du ein breites Handgelenk hast, auch mal zum Anzug tragen oder zu einer Kombination. Sieht super aus, keine Frage. Aber du kennst das ewige Problem, die Schließe, das Band. Handgelenkstechnisch muss das schon funktionieren. Du musst die Schließe drehen. Das ist doch das, was wir bei jeder Offshore machen. Manchmal bringt das auch nichts. Was ist denn dein Konkurrenzprodukt, Apo? Oh, Konkurrenzprodukt zu der Offshore? Es ist ja, also ich meine, du kannst, überflügeln kannst du sie ja nicht. Ich habe eine Nomos mit. Ja, ich würde dann auch einfach mal die Royal Oak dann nehmen. Ja. Also in Roségold. Ebenfalls in Krono. Das ist dein All-Time-Favorite. Ja, ist halt von der Größe her nochmal eine ganz Ecke angenehmer. Die ist natürlich jetzt ein bisschen höher. Nicht wie die Offshore, sondern wie die normalen 41 Millimeter Varianten. Aber im Großen und Ganzen kann man die eigentlich vergleichen. Mit den Totalisatoren? Oder mit denen, die auch in Rosé... Nee, nee, mit den Roségoldentotalisatoren. Ja, ne, wo er das so herausgestochen hat, dass es ein Krono ist. Also wenn der Bitcoin sich noch so ein bisschen, wenn sich da noch so ein bisschen was tut, dann glaube ich, werde ich das komplett... Werde ich mir die Uhr holen. Also ich sag mal so, dass diese beiden Uhren jetzt in einem Konkurrenzverhältnis stehen... Ein 25. Mal. Ja. Dass diese beiden Uhren jetzt in einem Konkurrenzverhältnis stehen, liegt ja auch nur daran, weil wir gemerkt haben, wir haben beide eine Royal Oak drin. Ja, deswegen. In meinem Fall ist es eben meine absolute Lieblingsuhr, die Royal Oak Offshore in 42 Millimetern. In deinem Fall ist es der Roségoldene Krono. Und deshalb stehen die sich jetzt Kopf an Kopf quasi, in einem Kopf an Kopf rennen gegenüber, obwohl es ja eigentlich komplett unterschiedliche Uhren sind. Ja. Auch unterschiedliche Uhren von der Positionierung innerhalb der Audemars Piguet-Hierarchie. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die vom Apo nehmen. Ja, aber auch nur deswegen... Ich wollte gerade sagen, die 50 Euro kriegst du nachher, aber... Ja, aber du hast auch eine Offshore da genommen, die jetzt auch... Schön. Ja, weiß ich nicht. Doch, die ist schön. Die Safari ist schön. Ja, ist schon nice. Hättest du jetzt zum Beispiel so eine Brick oder wie die heißt, diese... Ja. Dann wäre es schwierig gewesen. Haben wir nicht da, war jetzt aber auch gar nicht schlimm für mich, weil in dieser Kollektion, in dieser Traumkollektion, die wir hier zusammenstellen, war für mich The Brick einerseits eine wichtige Uhr, andererseits konnte ich so zwei goldene Rolex unterbringen. Weißt du? Also ansonsten hättest du woanders irgendwo ein bisschen... Wenn du deine Lieblings-Offshore aussuchen müsstest, eine Forever. Eine Forever. Dann wäre es... Oh, mir Gott. Also ich mag die Uhr, die ich habe sehr, sehr gerne, die mit der Couch-Shook-Lünette. Das ist durchaus eines meiner Lieblingsmodelle, von der würde ich dann das letzte Facelift nehmen aus 1213, sowas circa, mit dem rosé-goldenen AP-Zeichen und dem schwarz unterlegten Datum. Aber, wenn ich eine Offshore bis ans Ende meines Lebens tragen dürfte... Darf ich raten? Ja? Eine Schwarzenegger? Nee. Ah, das wäre auch toll, weil ich ein riesen Schwarzenegger-Fan bin. Oder eine Schwarzenegger mit einem Goldband. Gibt's eigentlich nicht. Gibt's nicht, aber kannst du das Goldband ja dazukaufen. Ja. Für schlappe 50 Mille. Die Brick ist schon cool, ja. Okay, welche? Nein, aber dann wäre es wahrscheinlich The Brick und zwar das ältere Modell mit dem Beast-Zifferblatt. Also der erste Brick mit dem dunkelblauen Beast-Zifferblatt oder mit dem weißen Zifferblatt. Ja. Und dann eben in gelb-gold. Die hätte bei mir auch alles jetzt gewonnen, weil die ist echt krass. Mit dem Messieband. Ich habe so ein Handyfoto von mir gemacht. Ich hatte kürzlichen Kunden bei mir, der meinte, ich habe die Uhr extra angezogen, weil ich dich besuche und ich weiß, dass du die Uhr so cool findest. Der meinte, er hat die auf Ebay geschossen für 20.000 Euro. Wo liegen die denn jetzt? Ja, jetzt liegen, also auf jeden Fall im Netz bei 60 oder so. 60, musst du rechnen. Aber ich sag mal, das ist eine Uhr, die ist schwer zu verkaufen. Wir haben ja letzte Woche die blaue verkauft. Ja, die neuere Variante. Neuere Variante. Aber Rosé, ne? 75, ne, ne, gelb. Ne, gelb. Ach geil. Oh, die in Rosé sieht auch stark aus mit den schwarzen Farben. Nicht so gut gefallen. Ja, für mich wäre halt Gelbgold einfach im Alltag leichter zu tragen. Aber wo liegt deine Uhr jetzt momentan? Preislich. Die Royal Oak in Roségold, das ist die 50 Jahre, die Jubiläumsversion, die liegt bei 120, glaube ich, 150, 120. Oh, okay. Da muss der Bitcoin aber richtig hoch. Ja, aber ist ja, wir sind ja gerade im Aufwind. Bitcoin-Aufwind. Weiß ich nicht. Ich habe so Sachen gelesen, dass es wieder runter geht. Aber wir halten uns da zurück. Ja, ja, wir sind... Ja, komm, wir sind nichts nur. So, was hast du als nächstes? Day-Date. Aber ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen, weil ich finde, du hast auch die provokantere Uhr. Ja, dass du keine Day-Date Gelbgold dabei hast, das ist... Komme ich gleich drauf zu sprechen. Okay, also Day-Date Gelbgold, für mich die beste Kombination, die es gibt, mit Abstand, weil sie kaum einer hat. Und ich finde das Weiß so, so schön. Ja, also die Day-Date in Gelbgold ist natürlich der Klassiker von Rolex. Also gerade in Gelbgold, gerade dieses Edelmetall steht der Uhr so gut wie kein anderes. Aber ich habe gerade, weil es eben die Gentleman-Uhr eigentlich von Rolex ist, diese Uhr in Platin genommen. Weil ich finde, die Uhr, President Bund in Platin, in der Form jetzt mit der glatten Lünette... Moment, was erwartest du von der Uhr? Willst du die Gentleman-Uhr Every Day von Rolex? Ist es meiner Meinung nach die Platin-Variant? Wenn ich mich auch entscheiden müsste, sage ich dir ehrlich, die Platin Day-Date, nicht jetzt das Modell, sondern das 40mm-Modell. Ist die exklusivere Uhr. Ist die exklusivere Uhr. Das mag sein, aber auftreten und also bei einer Day-Date, du willst ja... Aber ich finde dieses Subtile von der Uhr, also dieses, die ist ja auf eine subtile Art und Weise, ist sie ja trotzdem, kommuniziert sie ganz offen, was sie ist. Ist eine Edelmetall-Uhr, President Bund, ganz klar erkennbar, glatte Lünette. In der Platin ja eher weniger, also nicht so wie bei einer gelb-goldene. Doch, das Blatt und so, wir werden auch schon häufig darauf angesprochen. Es gibt ja auch Platin-Uhr mit einem schwarzen Blatt, einem blauen Blatt. Genau, kann man dann ja auch noch subtiler gestalten, indem man bei der Platin auch das Blatt tauscht und somit ja nochmal das Erscheinungsbild der Uhr ein bisschen zurücknimmt. Aber wenn man sich auskennt und du siehst die Uhr bei jemandem, das ist schon... Ja, ja, da ist, bei Platin-Modellen ist man immer erstmal direkt... Da sind die 50 Euro wieder im Spiel. Ja, interessant, aber die vom Apo mit dem... Du willst mir sagen, du hättest genommen eine Platin, statt eine gelb-gold? Gelb-gold nur mit gelb-goldem Blatt. Ich finde, gerade mit dem weißen Blatt sieht du auch schon cool aus. Nee, gelb-gold, gelb-gold sieht schon sehr, sehr böse aus. Okay. Da weiß jeder auf jeden Fall. Also wenn du da reinkommst, sieht das auf jeden Fall jeder. Da muss man nicht zweimal hingucken. Okay, was haben wir denn als nächstes im Köfferchen? Ihr habt jetzt beide, interessanterweise, Sportmodelle von Rolex genommen. Ah, dann ist es bei mir die goldene Submarina. Ja. Ja, goldene Submarina. Warum? Jetzt wird es bunt bei uns beiden. Dann hat der Apo nämlich die grüne. Nee, der hat seine GMT. Der hat eine Pepsi eingepackt, okay. Bei mir ist es folgendermaßen, jetzt geht es nämlich los mit den gelb-gold-Uhren. Ich finde zum einen die Farbkombination, dieses Königsblau, dieses intensive Blau, gerade auch in diesen neuen Varianten oder auch in den 90er-Jahre-Varianten mit dem Sonnenschliff in Verbindung mit diesem gelb-gold, ist unglaublich edel, sieht aber auch unglaublich brutal aus. Das ist auf jeden Fall eine Uhr, deshalb kann man sie auch nur in einer Kollektion einbetten. Das ist eine Uhr, die wird den Leuten ins Auge fallen. Das ist eine Uhr, die kommuniziert ganz frei, ich koste 40.000 Euro knapp. Also, die hält mit nichts hinterm Berg, die Uhr ist auffällig, aber die Uhr wirkt auch in der Kombination, obwohl sie auffällig ist, unglaublich elegant und edel. Sieht der Apo anscheinend anders. Der hat die Samarina beschrieben. Der Amir will selber eine haben. Wirklich, also. Der wollte schon immer eine haben. Aber es ist immer eine Uhr, die eigentlich immer zu dir auch gut passt. Amir, meldest du dich bei mir, ich kann da was für dich tun. Melde ich mich. Ja, ich habe eine Pepsi. Ja. Stahl am Jubilä-Band. Findest du, das gehört so zu einer Uhr und Kollektion für immer. Das gehört auf jeden Fall zu einer Uhr und Kollektion, ja. Was machst du denn, wenn du jetzt zum Bäcker fährst? Mit welcher Uhr? Wie meinst du jetzt? Morgens im T-Shirt? Ja. Ja, weißes T-Shirt, Jeans, goldenes ab, klar. Diese Bäcker, zu dem er geht, das ist ja auch der Bäcker, wo die ganzen Leute sitzen, die da auch Nautilus tragen. Moment, hast du dann morgens, wenn du zum Bäcker bist? Du hast gerade gesagt, ich habe eine Nomos dabei. Wobei, wir müssen dazu sagen, wir lieben ja Nomos, ne? Also, Apo und ich sind große Nomos. Wir haben wieder zwei sehr geile Nomos-Somen bekommen. Ja, wir sind große Nomos-Fans. Das ist natürlich so viele Berührungspunkte, wie wir zu Uhren haben. Aber jetzt mal eine Frage, der Apo hat recht. Henry, du fährst jetzt morgen in Urlaub? Ja. Italien. Nach Neapel. Nach Neapel. Dann fährst du in Urfront, ne? Nö, Neapel ist ja eine schöne Stadt. Also, wenn ich jetzt nach Neapel fahren würde, würde ich mir aus dem Koffer, wenn ich eine aus dem Koffer mitnehmen würde, auf keinen Fall eine Vollgolduhr mitnehmen, ne? Sondern was Zurückhaltendes. Prodi, du kannst ja gar keine von den Uhren mitnehmen. Ja, gut. Welche würdest du denn aus dem Koffer mitnehmen? Die GMT, weil wenn du die vier Uhren hast, dann ist die GMT für dich ja Kollateralschaden. Dann ist es ja nicht so schlimm. Wenn du dann eine Nautilus, wenn du dann eine Vollgold und eine Dinget hast, dann ist es ja jetzt, mein Gott, dann ist ein Listenpreis 10er weg. Ja, mein Gott, sagst du. Ja, mein Gott, hör mal, mein Gott, das ist viel Geld. Ja, ich weiß, aber ich meine, wenn du so eine Kollektion hast. Ja. Wir machen weiter. Ich sehe da einen ewigen Kalender von Patek bei dir. Sind wir schon bei der Patek? Aber ich habe gar nicht gesprochen, wer überhaupt jetzt da... Ach so, Apo muss doch auch noch was sagen zu seiner GMT. Er hat es kurz und schmerzlos gemacht. Ich habe eine GMT. Die Uhr gehört einfach da rein. Gehört einfach in die Kollektion, ganz einfach. Die ist aber auch zu allem tragbar, ne? Blau, Rot, Jubiliband. Die muss einfach da sein. Wir haben vorhin ja auch drüber gesprochen und du hast vorhin gesagt, Apo, eine Stahl-Sport-Rolex. Gehört zu jeder Kollektion. Kommt drauf an, wie du auftreten willst, ne? Ich habe ja noch eine andere Stahl dabei. Ja, ja, Moment, aber die Stahl... Da sprechen wir gleich zu. Aber theoretisch bei deinen Stahl-Modellen, also eine Stahl-Rolex sollte man immer für, wenn wir mal kurz, so eine Jeans... Es ist natürlich auch ein Klassiker, ne? Muss man schon sagen. Pepsi ist natürlich von Rolex, gerade durch diese blau-rote Lunette, seit Einführung der GMT, ein typisches Erkennungsmerkmal. Das heißt, du siehst die Uhr und du weißt sofort, es ist das Sportmodell von Rolex. Patek. Patek versus Patek. Ich habe gesehen, du hast wieder deinen Holy Grail dabei, ja? Einen ewigen Kalender. Richtig. Und zwar ganz bewusst diesen ewigen Kalender. Also ich habe mich ja ganz bewusst auch genau für diese Modellgenerationen hier entschieden. Da komme ich gleich auch nochmal mit der Uhr, die ich am Arm habe, drauf zu sprechen. Warum ist es bei mir... Kann ich gleich mitteilen. Ja, warum ist es bei mir die 59-70, weil sie eben das klassische Lemania-Kaliber hat, jetzt hier eben in der letzten Variante in einem größeren ewigen Kalendergehäuse verbaut. Es ist ein bisschen größer als die ursprünglichen 90er-Jahre-Varianten, ne? Die ja immer so die 36, 39-70, genau, das war die 90er-Jahre-Variante. Die hatte dann eben immer die 36 Millimeter. Jetzt hier ist das Gehäuse etwas größer geworden, etwas sportiver geworden. Dadurch ist die Uhr jetzt keine Sportuhr, ne? Aber es ist eben ein ewiger Kalender in Verbindung mit einem Chronografen in einem Weißgold-Gehäuse. Die Uhr jetzt zum Beispiel zu einem dunkelblauen Anzug. Amir, ich erzähle dir da ein bisschen jetzt was. Du sitzt in einem... Aber du kannst dich auch schon sportlich tragen, finde ich. Moment, ich muss das Bild gerade mal mit meinen Worten. Also du sitzt dann praktisch so irgendwo im Süden, ja, sitzt du in erster Reihe zu der Promenade. Im Café de Paris, da. Du hast dann so einen leichten Luftzug, weißt du, der dir den Leinenanzug, du hast so einen dunkelblauen Leinenanzug und so ein weißes Hemd bis zum dritten Knopf geöffnet, der dir den so ein bisschen lüftet, den Anzug. Kommt bis zum vierten. Und dabei trägst du die Uhr am Arm, dann weißt du schon, das ist Endstufe. Da hast du auch nur so Segelschuhe ohne Socken, die Geschichte, ne? Ja. Mokka sind so wahrscheinlich. Ich würde so ganz normale Slipper anziehen, aber so ein paar schöne sommerliche Slipper ohne Socken natürlich, weißt du, dass du so insgesamt auch so ein bisschen die Umgebung, die Natur auf dich wirken lässt und eben auch den Windzug ein bisschen auf dich wirken lässt. Schön. Ich kann mir das echt vorstellen. Ja. Apo, zeig mal, was Sache ist. Also nach so einer Geschichte, da kann man ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich habe eine Nautilus dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die jetzt seit, war das Lad zu spielen? Dienstag. Jetzt Dienstag? Mhm. Letzte Woche Dienstag. Klar, seitdem habe ich die Uhr an gehabt. Sehr zufrieden mit der Uhr? Ja. Wurde es drauf angesprochen schon? Auf die Uhr nein, Nautilus eher weniger. Nicht? Aber du wurdest im Laden schon auf die Uhr zweiter. Ja, klar, aber außerhalb natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, was ich mir gewünscht hätte, dass das Blau bei der Uhr noch ein bisschen blauer wäre. Okay. Es ist ein bisschen grau-blau, was ich wiederum schade finde, weil der Vorgänger, die 5990, hat ja das graue Blatt. Deswegen hätten die hier eigentlich noch ein bisschen mehr Blau nehmen können. Aber… Ich finde, dass du eine Nautilus ist in deiner Sammlung fest verankert. Ja, klar. Nautilus ist natürlich von Patek Philipp das Modell, was die letzten gerade vier, fünf Jahre prägend für die Marke stand. Deshalb hat Patek natürlich auch diesen Entschluss gefasst und hat dann das G5711 als Stahl-Sportmodell eingestellt und hat gesagt, wir wollen eigentlich nicht für diese Sportuhren bekannt sein. Dass sie die Serie danach mit dem Nachfolgemodell wieder aufleben lassen haben, ist jetzt ein anderes Thema. Nach der Einstellung kam ja erstmal eine 5711 in Turquise. Achso, Turquise noch. Ja, ja. Grün. Ja. Eingestellt, dann 5811. Ja, ja, genau. Aber Henry, du musst dir vorstellen, Apo hat auch eine Geschichte dazu. Stell dir vor, du sitzt im Stadion, in der VIP-Tribüne, ein blaues Windchen trifft dich. Du sitzt neben Kalle. Und du stehst und du siehst Harry Kane, der Ball kommt, Müller verlängert, Harry Kane macht den rein und dann stehst du halt auf. Und trägst dabei eine Nautilus. Und trägst diese Uhr dabei. Ja, das ist natürlich ein absoluter Traum, klar. Das ist natürlich nicht so gechillt wie bei dir, wo du halt schon so ein bisschen die Augen... Wobei, du kannst da auch schon... Ach, wir haben schon beide die richtigen Bilder im Kopf. Ja, ja. Also du sitzt da in einem guten Klientel und dann klatschst du mit der Nautilus. Aber du siehst, wir sind auch alle drei empfänglich für die Geschichten des jeweils anderen. Ja. Das heißt, die Szenerie, die wir hier versuchen zu vermitteln, die wirkt durchaus auch auf den... Deine Geschichte konnte ich mir ein bisschen besser vorstellen. Ich auch. Aber ich habe mir noch ein bisschen eine ältere Person vorgestellt. Das ist schön. Weil ich habe das dann direkt mit der Sonne... Weil uns das einfach fehlt. Der Frühling ist... Diese Rollergeräusche und so. Kennst du so, wenn die vorbeifahren sind? Das liebe ich im Süden. Ja, ja, ja. Um die Autos rum, weißt du auch so? Ein Auto drumherum, drei Roller. Weißt du, der Autofahrer, da darf nicht zittrig sein, du, sonst... Aber generell finde ich natürlich A-Pos-Uhr cooler. Jünger? Jünger, genau. Aber also wenn wir jetzt auf die Funktion brauchen wir ja gar nicht einzugehen, oder? Und es ist ja auch eine reine Typfrage. Du musst natürlich diese Uhr, die ich jetzt hier in der Kollektion habe, tragen können. Weil es ist natürlich eine sehr klassische Uhr. Auf der einen Seite ist es eine sportliche Uhr für einen klassischen Typen. So kann man es eigentlich ganz gut sagen. A-Pos-Uhr ist natürlich gerade, wo heute ein bedeutend legerer Rastiel häufig getragen wird im Alltag, besser zu integrieren, denke ich. Würdet ihr sagen... Also ihr habt ja einmal zu mir gesagt, dass das Modell, was der Handy ausgesucht hat, eigentlich für Patek steht. Und dann in den 70ern halt dieses Geradier-Design gekommen ist von der Nautilus. Aber erkennbar ist das Modell als Ursprung. Also das Modell ist typisch Patek Philipp. Aber ich glaube, heute... Der wurde ja schon lange abgelöst. Ja, heute im 21. Jahrhundert ist es eher so, die Leute, die denken an Patek Philipp und haben als erstes schon eher die Sportuhren im Blick. Da spielt eben auch dieses ganze Thema legerer Alltagsstil eine Rolle. Weißt du, die Leute, die können diese Uhren ganz normal im Alltag in der Garderobe integrieren. Das ist einfach eine Uhr, die ziehst du morgens an. Ich meine, überleg mal, heute trägst du ja einen Anzug oder eine Kombination oder einen klassischen Stil aus Überzeugung. Das trägst du ja nicht mehr, weil du es musst. In den wenigsten Berufen musst du ja heute wirklich noch einen Anzug tragen. Wenn du eine Jeans, ein Hemd, ein Sakko trägst, das reicht vollkommen aus und das sieht trotzdem schick aus. Ja, das stimmt. Eure fünfte Uhr aus eurer Uhrensammlung. Die tragt ja mal an. Sind das beides Sages? Apo hat natürlich die Geheimwaffe und ich lasse ihm deshalb den Vortritt. Apo hat die Brechstange mitgebracht. Ja, ja. Eine Daytona Platin. Das neue Modell? Nein. Okay. Trotzdem. Ganz steig. Das hat mir jetzt noch nicht gereicht. Ja, trotzdem schön. Das ist auch mit, also die einzige Daytona, die ich mir kaufen würde, mit der Stahl zusammen, weil ich finde die Keramiklünette gut. Was mich bei den anderen Lünetten stört, wenn es jetzt eine goldene, eine Stahl, zum Beispiel der Vorgänger, du bist ja ein riesengroßer Fan davon, sind die Kratzer. Ja. Ich komme da einfach nicht drauf klar, wenn diese Kratzer, ich meine, es stört mich einfach. Und das ist eben das Ding. Und wenn du diesen Glanz halt einmal hast und der weg ist, ist er weg. Ich weiß, du bist ja trocken, was das betrifft. Neu sehen die, aber sehr schön aus. Ja, Neu sehen die. Boah, die Daytona in Rosé. Die Meteorit, hast du gesehen? Hab ich gesehen. Neu sehen die echt unglaublich aus. Die Daytona mit Sicherheit waren die, gerade in Edelmetall, die Lünetten immer irgendwo eine Art Schwachstelle. Aber genau wie Amir, wie du gerade gesagt hast, gerade in Edelmetall sehen die Uhren natürlich mit einer Edelmetall-Lünette im ersten Moment auch verdammt schick aus. Unglaublich. Gerade wenn diese Gravur noch so schön scharf ist, weil es, wenn die Lünette noch nicht poliert ist, wenn du noch die Phase siehst, wo die Lünette praktisch abfällt, da kann man sich schon so ein bisschen in dem Design verlieren, weil es einfach ein schöner Chronograph. Da muss auch nicht viel dran geändert werden. Erzähl mal was. Ja, und ich habe deshalb auch genau dieses Modell ausgepackt. Es ist nämlich eine Zenith Daytona in Gelbgold. Aber weißt du, was krass ist? Die neue sieht ja fast genauso aus. Die neue hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit, hat auch wieder die schlankeren, länglichen Indizes, die ja zwischendurch mit dem Rolex-Kaliber, bei der die du jetzt anhast, sind ja etwas breiter und etwas kürzer geworden. Schöner geworden? Du hast die Totalisatoren mit dem Zeigersatz praktisch alles auf einer Höhe. Also du hast jetzt nicht die Totalisatoren versetzt, leicht nach oben. Und ich finde, das sind alles so Punkte, die machen das Erscheinungsbild der Zenith Daytona ästhetisch noch interessanter als die mit dem Rolex-Kaliber. Und die ist gefühlt auch noch ein bisschen flacher am Arm. Und das ist einfach das Schöne. Du hast ein Goldmodell, nicht wie bei der Submariner, was einfach so brutal ein Klopper ist und was so brutal ins Auge fällt, sondern du hast eine schöne, subtile Sportuhr, die du aber auch mal elegant tragen kannst. Und eine Gold. Die ist halt nicht so massiv, ne? Also wie gesagt, Thema Vintage bin ich ja... Man hört's auch. Habe ich im Apo gerade schon gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe eine Golduhr an, weißt du? Da hörst du nix von. Aber es ist schon ein geiles Gefühl. Du musst es mögen. Ja, ja. Ich meine, ich finde zum Beispiel eine Titanuhr, eine Titanuhr oder so eine Royal Oak cool. Ja. Auch wenn sie leicht ist. Ich weiß nicht, das ist, also ich mag halt einfach neuere Uhren. Ja. Aber jetzt gerade mal so auf dem Dunkelblau und so, das sieht doch wahnsinnig gut aus. Das sieht weltklasse aus. Das sieht schön aus. Mit dem Outfit passt das auch. Und da ist jetzt auch nicht so viel Unterschied zu der neuen. Ich finde, du sollst mal in die Neue investieren. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich würde wieder, also ich hatte ja mal eine Zenith Daytona und ich würde durchaus auch wieder eine Zenith Daytona nehmen. Also deshalb habe ich die hier auch in diese Traumkollektion integriert. Warum? Also würdest du keine neue kaufen? Oh, die neue wäre schon sexy. Guck mal, von oben sieht die genauso aus, aber du hast Massivität, so dicke Schließe und so. Ja. Nicht gut? Also ich müsste die neue mal, wenn wir mal demnächst eine reinbekommen, ich meine, die letzten zwei, drei haben wir abgelehnt, weil die Preise einfach da jetzt nicht mehr so sind, und dass du als Händler dir die Uhr hinlegst und mehr als den Listenpreis zahlen kannst. Aber wenn wir mal eine neue da haben, würde ich sie gerne mal anlegen. Das würdest du, mein Lieber. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kollektion. Es war uns eine große Freude. Hinterlasst uns auf jeden Fall ein Like, hinterlasst uns ein Kommentar, geht auf jeden Fall ans Glöckchen. Dienstags abends gehen wir immer live auf Instagram, da freuen wir uns um 18 Uhr, wenn ihr zuschaut. Und wir freuen uns freitags, wenn ihr uns die Zeit schenkt, also eure Zeit schenkt, in der Apotheke. Wann kommt das Video jetzt online? Das wäre jetzt, die nächste Woche, da wäre die Auslosung für das Event schon gelaufen. Ah, okay. Das wäre dann nämlich der 24. Da sind die Einladungen noch nicht verschickt, aber… Einladungen kommen dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten zwei, drei Tage an. Okay, aber man kann eben sich auch nicht mehr auf eine Karte bewerben. Nein. Und dann diejenigen, die eine Einladung bekommen, müssen sich bis zum 2.4. auf dem… Da gibt es eine Anleitung bei der Karte, akkreditieren, andernfalls werden sie ab dem 7.4. wieder ausgeladen. Okay. Aber das steht auf der Karte. Genau, das wird wahrscheinlich aufgeführt sein. Danke. Danke euch. Tschüss. Tschüss.